ja hallo und herzlich willkommen ihr lieben freunde zu einem weiteren adventskalender tage wir spielen heute das online spiel fanny fleisch santa's quiz haben wir jetzt hier mal ich habe mal ganz kurz rein geguckt der klick hier vor easy mode wir machen natürlich jetzt erstmal den schweren modus ich habe einmal ganz kurz rein geguckt es ist schwer das ist wirklich schwer ok click on the smallest reindeer to continue das kleinste click on the north pole normalerweise ist ja der nordpol hier aber wir haben ja hier deswegen ist der nordpol hier click on the orange then blue then green ornaments und jetzt hört es dann schon auf bis hier habe ich gespielt warte mal die aufgabe orange then blue habe ich doch gemacht nun muss ich warte mal ok ich muss alle weg klicken das soll einer wissen klick on rudolfs nose three times die ist hier die nase eins zwei drei ok click on the elves from smallest to largest by food size also die fußgröße er er und er ich bin turn off the christmas lights turn them back on hallo hallo ha ich da ich bin exakt auf denen gewesen ich habe meine maus sind weder bewegt ja entschuldigung ich habe meine maus nicht bewegt ich weiß nicht was los ist ich habe die genau darauf gelassen normalerweise hätte jetzt das licht wieder angehen müssen so zack 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 turn off the christmas lights ah put the what stockings in alphabet to order based on the last letter of each name what of the last letter of each name bob john noch mal okay pass auf machen wir nochmal fix jetzt hat jetzt jetzt ich habe den zweiten lichtschalter auch gar nicht gesehen vorhin denn ist natürlich klar aber ich finde es ist eigentlich ganz cool so aber auch wirklich in einigen sachen so total schwer zack 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 okay dann hätten wir bob was denn jetzt ich habe doch vorhin auch mit bob angefangen oder habe ich gerade habe ich jetzt gerade jemand ja man kommt ein bisschen durcheinander ne aber kein ding klick unser orange sind blue und sense green ornaments ja das kriegen wir hin die musik ist schön okay so christmas hier so last letter of each name wir müssen bob doch zuerst weil bob ist doch und mary get santa down down the chimney without getting his was his shit dirty und gut ach so muss ich hier mit lenken oh gott mit den pfeiltasten plötzlich netz meiner wissen also ich wollte gerade sagen was denn nun ähm tapir was 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 hä hä das weiß ich doch nicht ich habe gar nicht aufgepasst oh ist das ekelhaft all du kannst mir mal am alles klar noch mal jetzt pass auf wir machen wir wir making the easy mode nordpol ja ich habe einfach mal übersprungen war krass okay war warum zum teufel ich merke mir doch nicht sein die ganzen namen alter sich denn auch so so blitzen und rudolf das hätte das hätte ich noch hingekriegt alter ja bob ich habe keine bob dann war l john und mary ja use file tasten i know und dann müssen wir gleich mal oben links hinkriegen nicht so wieder ruhe rinnen kriegen ging ja schon gut los hauptsache die namen denser desher pranzer denser desher ich habe schon wieder ich habe mir nur die ersten drei namen angeguckt und habe sofort gesucht ich hasse es das kotzt mich richtig an das ist ja ein rätsel und weißt du was das gute ist ja verkacken darf man das nochmal machen weißt du was am noch am besten wäre ich habe keine w-taste mehr beziehungsweise die ist ja kaputt wenn dann wir noch am besten den namen mit w schreiben müssen durch irgendwelchen grünen dumm 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 das kotzt mir an oh pass auf dass er da nicht gegen kommen sonst sonst kannst du gleich wieder von vorne anfangen ich hätte auch gern mehr zeit ich glaube ich mache mir gleich mal ein screenshot davon pflanzer komet 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 fehlt ja komet okay put these holiday objects in backward rainbow order warte mal rot orange gelb grün blau lila wo soll ich das hinpacken blau rot orange gelb grün blau lila alter wenn ich nicht krass bin alter haha ganz ehrlich jetzt mal unter euch wer hätt's gewusst die regenbogen fahren ich habe sie noch aus kindheitserinnerung von von der serie im hintergrund okay was ist hier fill the cup with eggnog but don't let it overflow we cry is what click to fill hey hallo ah das ist doch nicht wahr ein komet war der name ne oh alter ist das nervig ich verstehe nicht was da gerade das problem war so dann die blauen okay die anfangsrätsel wenn man sie so dann kann ist es dann doch ganz einfach mhm das war so und hier war der andere bob l john und mary ja komet war der name ist wie ein panzer der briten ja ich möchte sagen ja ne engländer briten ja ja so so komet ich hoffe das bleibt so ok rot, orange, gelb, grün, blau, lila, blau, grün, gelb, rot fill the cup with eggnog but don't let it overflow so jetzt ist eggnog drin reicht das nicht ist nicht okay ist nicht verarschen was soll ich machen runter scrollen kann ich nicht was soll ich machen click to fill request es ist doch jetzt genug es ist doch genug es was soll ich denn tun ich kann weder warte ja ja klick hier vor easy mode komm hä muss ich da irgendwas noch extra drücken ich weiß es nicht ich gucke gleich mal oh ist das immer nervig jetzt noch hier die ganzen so so na 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 bob l john und mary oh das ist immer das nervigste hab ich so das Gefühl okay es ist gar nicht so einfach ne es stand auch in der Beschreibung ich hab mir die Spielbeschreibung durchgelesen ähm dass es schwerer ist als es aussieht und ich muss es gerade echt sagen okay ja komet ja kleinschreiben kann ich auch kleinschreiben äh blau zack so Pfeiltasten bringen nichts am besten jetzt mit W steuern wa muss ich irgendeinen Knopf drücken ich weiß es nicht click to fill ja das äh das äh requires hä ja nu soll ich jetzt hier warum ich frag mich auch warum der Löffel hier ist click to fill requires ich weiß gar nicht was das gerade bedeutet ich bin empört was 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 ist das hier unten click to fill i click to fill aber ich verstehe es nicht mensch halt die Fresse ähm klicke ich jetzt hier nochmal rauf okay keine ahnung was ich jetzt gemacht hab what is the seventh what bowl in this sentence frosty snowman was a very jolly soul was ist äh alter diese mucker jetzt gehts richtig los was ist das ein 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 ich geb ihm vom Buchstaben aus eins zwei drei vier fünf sechs sieben cool ist nicht vorhanden komm wir tippen auf A nicht wir tippen auf E E ist richtig cool click on the decorations from largest to smallest willst mich verarschen ja eh ornaments star ah oh man was ist ein tinsel das hier auch ich darf alles klar xmas toys on sale okay don't click on the doll or the car click on the sale help center eat this cookies but don't break the plate get center back up the chimney don't let him get dirty okay dann springen wir mein Bub wahrscheinlich knallt er jetzt gleich da oben gegen oi 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 schwa oi o das tut mir leid das ich war nicht dran das ist jetzt meine Ausrede tinsel ornaments lights on sale ich denke man darf einfach nur nicht hier drauf auf diesen Teller klicken okay wenigstens der Checkpoint der Checkpoint ist gut was wurde was da war noch fünf Meter Platz alter ich krieg das bleib ganz ruhig ach man ja play bitte ich komm ja nicht mal bis zum ersten hier hoch runter ging viel einfacher oh willst du nicht willst du nicht nochmal gegenstreifen da oh Gott ich dachte gegen ich wollte gerade sagen wrap these gifts for Xmas was rappen also hier so wrap these gifts for what don't open this off alter ich bin king frosty is getting out of the sun alter mann mann hat ja nicht mal zeit sich das durchzulesen alter es ist ja krass frosty müssen wir also gleich retten das ist ja interessant hier so zack 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 was war denn jetzt ja zack 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 on sale zack 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 so dann playen wir nochmal ne Runde ich krieg ja halt zu viel so ich würde sagen ist der letzte Versuch obwohl ich schon gerne weitermachen würde oder auch nicht gut ich würde einfach mal sagen das war es dann mit diesen Adventskalendertürchen ich hab die Schnauze schon wieder voll und wir sehen uns einfach wieder im nächsten macht's gut bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann